Babypuppen Schlaf, Kindlein, schlaf! Schlaf, Annabelle, schlaf! Schlaf, Kindlein, schlaf! Schlaf, Annabelle, schlaf! Hallo meine lieben Freunde! Hallo Pepper! Na, wie geht's dir in Annabelle? Annabelle geht's gut! Hallo Irene! Ich hab's mir gefühlt, ihr die Windeln gewechselt und jetzt versuche ich ihn zum Schlafen zu bringen. Na super! Dann geh ich mal. Ich hab noch sehr viel zu tun. Ich wollte nur ganz kurz vorbeischauen. Tschüssi dann! Na, was ist denn los? Soll ich dich ein bisschen wiegen? Ja! Ich glaube, sie ist eingeschlafen. Ich geh dann mal. Annabelle, verstehst du mich etwa? Sie versteht mich. Ja, und sprechen kann ich auch. Peppa, sie versteht uns. Ach, ich fall gleich in Ohnmacht. ... Nein, 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 nein. Nicht in Ohnmacht fallen. Es kann doch nicht wahr sein. Doch, doch, das kann es. und seit wann kannst du sprechen das heißt wir können nicht jetzt einfach fragen was du möchtest wenn du weinst ich glaube ich muss ein glas wasser trinken gehen du willst nicht dass ich gehe oder na gut dann bleibe ich wollen wir spielen hier kommt der weiße ich glaube ich lege mich auch kurz hin ich glaube ich hatte doch noch was zu tun oder ist egal später